hallo und herzlich willkommen zu blackmove wukong so und ihr seht ich habe mir die maske gegönnt das ist der schädel des schildkrötenschatzes so und den bekommt ihr halt hier von diesen komischen pokémon wo ich euch gesagt hatte so und ja 18 minuten oder 16 minuten habe ich gebraucht müsst ihr mehrmals müsst ihr dem auf die fresse hauen bis der dann irgendwann mal das item droppt ist natürlich nicht aussagekräftig ich habe 16 oder 18 minuten gebraucht ich weiß nicht genau sprich ja ist in 20 minuten erledigt die sache kann aber da bei euch wenn wenn die dropplung scheiße ist kann es auch auch länger dauern so und das hier ja da habe ich glück gehabt erhöht moderat die chance beim töten eines gegners materialien zu halten weiß ich nicht ist das gut hier kriegt perfekte ausweich mann finde ich besser finde ich besser oder komm die sieht cool aus passt auch jetzt zu der rüstung finde ich dies auch so knochenfarbig gut so dann habe ich noch mal gecheckt ob wir alles haben haben wir nicht ich meine da ist das verschneiter weg uns fehlt ja noch ein ort der meditation so 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 Ja. Dich kenn ich doch. Ich hasse Dich. Aber du rückst den Geistkern raus, das ist schon mal allerliebst. So, ganz fiese Sache war das hier. Ganz fiese Sache. Das Ding haben wir mitgenommen. Aber hier hinter ist noch ein Weg. Er kriegt das echt hin, ey. So, ganz fiese Sache. So, ganz fiese Sache. So. Und da ist er. So. 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 Dann sind wir. So. So. tagebuch meditation sollte fünf von fünf alle am start da ist der zweite ja haben wir echt übersehen erster war ja am drache zweite ist da wo wir jetzt gerade waren statuer bei der achtsamkeit klippe ja genau dann müssen wir so noch da die die rechte seite erkunden und dann haben wir wohl so ziemlich alles außerhalb die scheiß trophäe bei der pagode er hat mich schnell dass ich die nicht kaputt gehauen habe die vier ich ja Oh, du bist schon... Bist schon Geschichte? Oh. Ich hasse dich. Warum müssen wir hier kämpfen? Kannst du ruhig versuchen zu kontern, ey. Komm her. Hau den zusammen. Ich habe jetzt meine eigene Leute auf die Fresse gehauen. Er kommt hier auch noch hoch. Junge, zieh dich. Ich habe ihn. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es. Hör der Pferd! 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 Aber jetzt ist ein Tor. Pisser, du hast doch auf mich geschossen. Seide! Einmal... Achso, Seide brauchen wir schon lange nicht mehr. Ja gut. Hammer desu. Hm. Okay. Gar nicht da. Wer knurrt denn da? Achtung! Fiese Sache, fiese Sache. Schockdämpfender Puder. Nur gerecht. Er hat da vorne noch eine Truhe. Während das hier ist. Guck, was du? Oh, was ich soll? Oh, da kommt es oben an. Ja. Oh, ja. Herr Henning. Oof! Ich geh da oben. großer kerl und typen mit mit blitz so 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 Lass es mal gut sein. Okay, hier stand doch eben noch so ein Blitzheim hier rum, oder? Ach, da vorne steht der. Das ist ärgerlich. Das ist ein Blitzheim. Wer denn da? Hab ich nicht. Das ist ein Blitzheim. 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 So spät. Himmlische Neuer Pastille. Medizin aus der Himmlischen. Eine wundersame Pastille, die Lao aus dem Zuchitta Palast verfeinert hat. Und die die maximale Aussage stark erhöht. Okay. Gibt schlechteres. So, Decken. Dich hätten wir dann noch. Alter, der ist. Das ist ja noch. Ist ja immer geil, wie manchmal die Lichter angeht. Ich meine, das ist ja blöd zu fragen, aber geht die Tür auf? Nein. So. Pastille und sonst nix. Gott. Hier hinter war auch nix. Gott. Schöne, jonge, 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 jonge. Das ist so schön, das Spiel, ne? Da bin ich ja froh. Wir haben ein Pferd gefunden. их mit dem Rein. Testament Hood bewerfen. Da bin ich das ein. Ah Gott! Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Okay? Was? Was ist das? 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 Was ist das?